hallo meine lieben und willkommen zurück zu stalker lost alpha wir hängen hier irgendwo in so einem unterirdischen ding fest wo wurden hier mehr oder weniger hinterportiert und die tür ist dabei sich zu öffnen wie ihr seht mehr oder weniger versucht ein zombie da durchzukommen was ist die quest return the wire to sakarov ah ja genau okay also theoretisch hier nur rauskommen wie schwer kann das schon werden okay die türen gehen aber auf damit hätte ich jetzt nicht gerechnet dort ist echt ich habe gedacht das wäre auch ein geist das sind zwei oh mein gott oh mein gott nein ey was was soll ich denn machen wir so gut jetzt leck mich doch am arsch ich 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 die können so viel gar nicht mehr aushalten mein gott da ist noch einer ihr wollt mir wohl verarschen wie viele von euch gibt's warte mal ich werde jetzt erst mal oh ja schön ist ja auch denke ich mal die durchgekommen seit sehr ganz toll wo geht's denn hier lang wo geht's denn hier lang oh hi werden wir natürlich wenigstens einmal alles einmal angucken oh hier bin ich unter der anlage des militärs jetzt oder sowas das ist ja interessant das ist ja interessant okay ich wollte bloß mal gucken wo es da weiter geht aber das sind hier unendliche gänge die sonst wo hingehen gänge die sonst wo hingehen die alle unter die anlage irgendwie führen das ist auch alles sehr interessant aber würd gerne hier mal kurz reingucken oh ja hallo o ähm okay Okay, hier kommen wir direkt bei denen raus, oder was? Stalker? Oh. Oh, wir können hier hoch? Okay. Oh, ich glaube, wir sind instant tot gleich. Oh, okay. Au. Wow, es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Echt? Mann, du. Ja, Smooth mit dem Stalker, ne? Du brauchst halt echt Skill dafür. Manchmal funktioniert es halt auch nicht, weil über dir einfach eine Decke ist und du kannst nicht hoch genug springen und so eine Sachen. Naja. Das muss aber auf jeden Fall funktionieren eigentlich. Oder man kommt halt nur hier ran an die Leiter, aber nicht zurück. Das kann natürlich auch sein. Na. Jo, danke. Sehr interessant. Durch die Pflanzen kann man also nicht runterfallen, wenn man da drinnen hängt. Das ist sehr cool. Wow. Ja, komm. Wenn ich hier nicht hochkomme. Okay. Okay. Oh, hi. Knallt ihr mich jetzt ab? Ja, das tun sie. Okay. Oh. Oh, hi. Das sind ja doch einige. Wollten die mich jetzt abknallen oder nicht? Das sah erst so aus, als würden die gar nicht schießen wollen. Warte mal. Vielleicht wollen die gar nicht knallen. Oh, jetzt sind sie alle auf einmal weg. Interessant. Hallo. Die wollen mich gar nicht abknallen. Ah, okay. Das ist natürlich interessant. Das ist natürlich interessant. Woran liegt das jetzt eigentlich, dass ich mit allem Militäris kein Problem mehr habe? Ist das so gewollt in der Lost Alpha oder ist das, weil ich immer noch als Bandit verkleidet bin? Aber das Militär und die Banditen sind eigentlich... Also, die können ja so gar nicht miteinander eigentlich. Oh. Interessant, dass ich erst zu dem Ausgang kommen muss, damit der mir sagt, dass ich hier überhaupt gar nicht sein darf. Interessant. Und dann sind sie plötzlich doch alle feindlich. Ja, das ist natürlich auch lustig. Ich habe mich schon gewundert, dass ich hier überall einfach so reinlaufen darf. Okay. Ähm. Gibt es denn einen anderen Ausgang? Ja, den gibt es. Einen indirekten. Ja, war ganz cool, die Quest. Bisschen gruselig, aber sonst... Eigentlich ganz cool. Oh, was soll ich denn hier machen? Lost Rifle? What? Ein Lost Rifle? Au. Okay, die sollen wir auch noch helfen. Den Jungs. Tony Wurz. Ah, vormagiet. Ja. Tony Wurz. Vormagiet. Irgendwie die Banditen mit mir alle grün sind. Das ist so cool. Okay, das ist aber auch irgendwo unten drin. Also... Das Lost Rifle. Naja, wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich wieder irgendeine komische Show-Flinte. Hä? 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 Was so absolut unspannend. Warte mal, da liegt das Ding vielleicht hier oben irgendwo drinne? Nö. Nö, nö. Das ist schon unten drinne, da. Wird's aber gerne mitnehmen. Ja, ja. Geht mir mal nicht auf den Sack. Oh, nee. Bitte nicht schon wieder der Sound und so. Bitte nicht. Achso, es ist einfach nur dunkel. Ja, stimmt. Genau. Oh, bitte nicht nochmal der Sound. Das war so schrecklich. Oh, nein. Aua. Iii. Uäh. Oh, Gott. Das ist so... Oh, das ist so schlecht. Oh, das ist so schlecht. Oh, was zum Fiiiick? What? Wie viele gibt's von euch? Oh, was zum Teufel? Wie viele gibt's von denen hier? Das ist ja absolut krank. Hier sind noch mehr, ne? Nur mal so. Oh, Alter. Jetzt ist aber mal gut hier. Oh, ein Controller auch noch. Ja. Aua. Ja. Ah, Tini... Oh, der ist ja hier. Hi. Tinnitus. Oh. Ja, ja. Ah. Oh. Das macht der Controller. Oh, what? Wo bin ich? Oh, mein Gott. Was ist das? Oh. Nicht schon wieder. Oh, es ist so abeartig ekelhaft. Oh, Goddammit. Okay, ich werde hier einfach nur teleportiert die ganze Zeit. Es ist mir zu blöd, Leute. Ich gehe hier raus. Wo ging das am schnellsten raus? Oh, es ist ja abartig. Oh, die ist komplett heil, das Ding. Oleg Rukovs Rifle. Übrigens eine der besten Waffen im Spiel. Also, ich weiß nicht, die ist halt einfach krass wie Sau, das Ding. Die tankt aber auch seltene Munition, wovon wir auch gar nichts haben. Deswegen bringt uns die eigentlich auch nicht so viel. Wir könnten sie behalten. Ich meine, natürlich könnten wir das. Aber ohne die Munition, die wie gesagt sehr teuer ist, bringt uns das auch nicht so viel. So, kriegen wir das nochmal so elegant hin? Ich zweifle dran. Ja. Ah, es ist so dämlich. Ähähähäh. Was ist eine Blutsaugerinvasion da unten? Ist ja unglaublich, wie viele Blutsauger da waren. Das waren doch locker sieben oder so. Was zur Hölle? Oh, wow. Ähähäh. Don't do that. Lass mich hier jetzt einfach hochgehen. Das kann doch nicht sein. Das ist so tricky einfach. Der Scheiß. Hey. Ja. Ja. So tricky. Oh, perfekt. Hi Jungs. Ja, ich nenne ihn ja um nie. Ich glaube auch, meine Omi. Oh, guck mal, wie viele die hier sind. So viele sind es eigentlich gar nicht. Äh, zwölf Mann, ne? Nichts, womit ich schon mal gedealt hätte. So. Ja, Energy ist uns leider ausgegangen. Eieieieiei. Ja, puh. Das sieht halt langsam echt schlecht aus mit Munition, ne? Das ist so das einzige, was wir so langsam wirklich bräuchten. Oh, dann patschern wir mal da hin. Gehen wir erstmal zu Sakorov. Oder wie er heißt. Sakorov. Das lädt sich so langsam auf. Komm, gute Energy. Hinterkippen. Ab geht's. Sprint-Modus. Würde halt wirklich ungern die, die gute AK wegwerfen. Was sind das? Zombies. Moment, hat der eine Raketenwerfer dabei gehabt? Ne, eine Pistole. Oh ja, ganz viele Zombies. Was ist das? Oh. Ein Trinkel. Ja. Vielleicht mal was saufen. Ja. Ein Trinkel. Dafür hat er doch eine Mission gehabt fürs Artefakt, ne? Oh. Ich sehe gerade. Ah, ne. Ich habe gedacht, hier liegen überall welche rum. Weil manchmal sind die Stellen dann so hell. Aber nein. Das wäre ja jetzt auch zu schön gewesen, nicht? So. Ich habe was Schönes für dich, Kumpel. Mr. Sakorov. Und danach schickst du mich erneut los. Ja, ich sehe es schon kommen. Ach so, übrigens. Ich habe noch mein Toastport da drin vergessen. Könntest du mir das auch noch bitte holen? Nein. Was ist hier passiert? Warum ist hier alles so? Okay, das ist die Engine. Die ist ein bisschen anders farbig als sie sollte. Weil sie das im Original nicht unterstützt. Aber es ist okay. Hey, Satsakorov. Komm mal her, du Sack. Ja, der mit seiner Erfolgsmusik hier. Hier, ich habe das Ding hier. Ja, hier bitte. Ah, Meet Dog. Find the wire. Task complete. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja. Aha. Okay, der große Sumpf. Aha. Oder der schöne Sumpf. Und da ist überall Militär, Helikopter, die da rumpatrouillieren. Und ja, die schießen halt schnell los. Auf alles, was sich bewegt. Okay, ich versuche also den Helikopter zu kontaktieren, dass er dich nicht abschießen soll. Aber ich kann halt auch nichts versprechen. Okay. 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 Professor, übrigens, ich brauche mal Ihre Hilfe. Da ist ein echt großes Gehirn in dem Labor. Und das arbeitet noch. Also, mein Kopf tut so weh. Okay. Ganz ruhig. Und erzähl mir alles. Naja, ich war in diesem Lake-Untergrund. Und da habe ich einen Raum gesehen, wo einfach ein großes Gehirn in einem Tank schwebt. Und als ich dichter kam, ja, hatte ich einen Schmerz im Kopf und wusste auch nicht mehr, was war und wurde auf jeden Fall aus dem Raum raus teleportiert. Ah, ja, Psi eben mit der... Ja. Ich weiß da eine Menge drüber. Äh, ich kann dir helfen, dich davor zu schützen. Ja, ja, klar. Okay, nimm das hier und nimm das. Und dann geht's dir gut. Uh, ein Psi-Brainwave-Scanner und ein Psi-Blocker. Ach so, einfach nur... Okay, das ist ein Medikament. Und das hier ist... Ja. Scanner für irgendwas. Flash-Artefakt. Hm, kann ich dir das... Oh, ja, der gibt mir... Oh, 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 15.000 Rubel. Oh, mein Gott, 15.000 Rubel. Holy shit. Der gibt mir wirklich 15.000 Rubel. Bar auf die Kralle. Dafür könnte ich mir... Ja, nein, das ist ein bisschen übertrieben. Das auch. Ja, ein bisschen Munition eigentlich, ne? Holy shit, die sind aber teuer hier. What the fuck? Alter. Was zum Fick? 20 Schuss, 600 Rubel. Aber die werde ich mir kaufen hier, so. Und Bandagen brauche ich eigentlich auch unbedingt. Ähm. Ne, das ist mir zu teuer. 20 Schuss nehme ich mit, aber das war's. Ah, vielleicht... Ja, so. Okay. Okay, okay, okay. Können wir dem noch irgendwas andrehen? Hm. Schlecht. Ja, komm, ich drehe ihm die AK an. Es ist mir einfach zu viel Gewicht. Oh, ja, jetzt auf einmal, ne? Ja, wow, du kannst dich mal am Arsch lecken. Jetzt auf einmal willst du doch Artefakte haben. Nö, am Arsch. Jetzt habe ich dir gerade alle verkauft. Also so ein... So ein Dogshit. Das ist ja lächerlich. So, aber jetzt könnte ich eigentlich mal meine Sachen reparieren lassen bei ihm. Äh... Ja, gut, das kann er das. Ja. Ja, 7000. Ey, ist das so teuer, ey. Oh. Oh, die kann nicht mal mehr repariert werden. Okay. Pistole, 2000 auch, alter. Na komm, die 2000 für die AK machen wir aber mal. Nö, scheiß auf die Pistole. Danke, Mann. Reingehauen. Okay. Äh, warte mal. Hier ist noch ein Typ drin. Warte mal. Braucht hier noch eine Hilfe oder was? Ne, es ist nur er, ne? Ach, der verkauft die. Ah, okay, ich verstehe schon. Ja, gut, dann ergibt es natürlich Sinn, dass wir ihm die gegeben haben und er die jetzt zum Verkauf stellt. Ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Okay, ich soll Doc wieder treffen. Okay. Okay, ich soll Doc wieder treffen. Okay. Okay. Gut, eins nach dem anderen, Leute. Wir gehen erst mal da hin. Schrot Munition. Okay. 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 damit brauche ich nicht den käse so kommen wir irgendwie rein geht es hier unten rein ja tatsächlich das ist sogar hier unten doch ich hab's in der tasche hey oleg bloodsucker hast du gesagt ja wie viele über sechs ja genau das ist ein ganz schön großes risiko aber naja ja ja klar ein was warte mal okay find the lost rifle was hat er mir jetzt gegeben an dem sei blocker ist wo wo mache ich in das reines gerät ach das trage ich einfach nur mit mir rum oder was sie blocker den kann ich aber reinmachen brainwaves scanner okay ich das ding auch noch irgendwo reinmachen was hat er mir jetzt gegeben ach das zeug hier pheromone mutanten pheromone oh ja wie auch immer hier ist es haben wir schon alles gemacht braucht den scheiß gar nicht oh man danke man das ist geil ey oh ich habe einen touristenanzug kriegt geil thanks man oh let's go nice können wir damit mehr tragen ja 60 kilo mehr hey let's go aber darüber freue ich mich ja oh ist das schön leute oh wer schießt denn hier so so und dann gehen wir jetzt noch mal dahin was geht denn hier ab was geht denn hier ab alles cool also zombies ja bitte oh ja munition nehme ich gerne scheiß zombies zombifiziert oder infiziert oh okay der zombie hat eine komplett heile ak bei sich ähm okay thank you i guess da liegt noch einer oh okay die haben ja alle getötet pda wie die alle übereinander auf dem haufen liegen noch ein pda okay okay leute hier sind noch mehr zombies hier oben haben die alle drinnen gehaust leute wie dem auch sei wir machen hier schluss mit diesem part und wir sehen uns sehr gerne wieder zu stalker lost alpha ich könnte mir vorstellen da hinten ist was drinnen du wenn ich hier so die ganzen anomalien sehe oh ja eine smoke granate okay das ist auch neu eine rauch granate einfach okay okay leute machen dir schluss ah scheiße wir sehen uns im nächsten part wieder zu stalker lost alpha äh ja lasst ein däumchen da wenn es euch gefallen hat bitte danke und tschüss macht's gut meine lieben haut rein oh hallo zombie tschüss tschüss zombie Bis zum nächsten Mal.